so hallo und herzlich willkommen heute gibt es wieder einen kleinen trade-up contract beziehungsweise zwei wo ich mal ein bisschen ein höheres risiko eingeben werde und zwar will ich einmal die aww pink dtp at oder die roadrash werde ich bekommen weil ich habe mir die cz auto nitro zehnmal geholt einsatz war glaube ich bei dem 30 euro ungefähr 29 30 euro minimal 16 17 beziehungsweise 14 95 kann ich rausbekommen wenn ich die in factory new b roadrash bekommen 36 euro was okay wäre und wenn ich ein bisschen glück habe komme ich sogar auf die awp pink in factory new 109 euro die cz auto müsste ich gerade mal kurz eben spiegel in welchen zustand ich die gekauft habe ich falsch die cz ist einsatz erprobt soweit ich weiß ist es egal welchen zustand die waffen die man contracted sind wenn ihr da sicher seid und wisst sicher dass es dass die quasi in factory new sein müssen um eine factory new waffe zu bekommen schreibt es mal bitte in die kommentare das geht immer so ein bisschen so auseinander der eine sagt so der andere sagt so aber ich weiß es nicht niemand sagt weiß es wirklich wird mich mal interessieren das war habe ich noch die splash die habe ich sogar alle in minimal war bekommen ziemlich günstig geschossen glaube ich da war der preis ich muss mal eben schauen da war der preis blumen durch das flash 18 19 19 euro war es glaube ich ungefähr und da kann ich die awp boom beziehungsweise die ak47 red laminated bekommen wenn die laminat in schlechten zustand reinkommt habe ich fünf euro dann habe ich 13 euro schlecht gemacht wie mit der awp boom mache ich auf jeden fall ein euro miese im schlechtesten fall und kommen eigentlich mit beiden wenn ich ein bisschen glück habe gut raus kann man auf jeden fall die daumen drücken ich werde jetzt einfach mal starten übrigens haben gerade rund der matchmaking gezockte denn es ist auch dabei wir haben sein erstes matchmaking geschafft gewonnen aus versehen ja wir wollten eigentlich das match spielen ich starte spiel klick auf annehmen ohne nachzudenken haben wir einen wettkampf kurz gemacht aber es ging echt gut durch wir haben 16 zu 5 glaube ich gewonnen echt gut gut start gewesen also gut dann fange ich jetzt mal mit der cz an da kann ich mehr kaputt machen zum austausch hinzufügen ich gehe auch hier mit 100 prozent rein also ich kaufe 10 immer also ich mache eben eine 10 das ist eine hundertprozentige chance eben auf die zwei habe weil ich bei meinem ich kenne mein glück wenn ich zwei andere oder drei andere rein macht kriege ich bestimmt von denen irgendwas trashiges von dem her ich färbe das jetzt mal hier aus könnt gerne jetzt daumen drücken ich werde die daumen drücken dennis du musst auch die daumen drücken und dann hoffe ich mal dass ich hier in einem guten zustand rauskommen bei der vulkan habe ich auch miese gemacht da habe ich mich zwar generell gefreut ist überhaupt die vulkan bekommen habe weil ich bei der anderen richtig reingekackt hätte und ja vielleicht habe ich jetzt hier ein bisschen mehr glück nitro 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 welche ist die awp das ist schon mal gut zustand einsatz erprobt einsatz erprobt es hängt wahrscheinlich gerade wieder marktplatz verkaufen könnte auf jeden fall mal plus sein die werde ich beide wäre auch jetzt dann definitiv wahrscheinlich spielen oder die awp boom ich bekomme es hängt natürlich wieder gucken wir nachher nochmal okay dann machen wir gleich weiter mit der splash aufwertungsvertrag splash splash also hier denke ich mir erhoffe ich mir dadurch dass es auch minimalware alle sind ein bisschen karma glück und so alles splash ja hoffen mal dass ich hier jetzt ich habe ich glaube ich um einiges bessere chancen rauszukommen ich denke bei der anderen habe ich jetzt auch zumindest kein großes minus gemacht ich denke er sogar plus ja ich habe definitiv plus gemacht es war nur ein euro was da reingekommen ist deswegen habe ich auf jeden fall plus gemacht das freut mich jetzt schon riesig und bei der ist denke ich die chancen auch ziemlich hoch dass ich gut rausgehen ich hoffe zumindest mal gut die red laminated okay das ist jetzt ein bisschen kacke hoffentlich ist die wenigstens in guten zustand minimal gebrauchsspuren okay sauber bei den plus gemacht dann vielen dank fürs zuschauen gibt einen daumen hoch wenn ihr mehr trade absehen wollt und danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschau